Hallo, ich heiße Tanja, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere Tourism Management in Värprenz-Hoch-Zongklar, Universität Fugget Campus. Hallo, ich heiße Tanja, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere Tourism Management in Värprenz-Hoch-Zongklar, Universität. Wir sind von Värprenz-Hoch-Zongklar in Värprenz-Hoch-Zongklar. Heute, wir möchten Ihnen vorstellen, Värprenz-Hoch-Zongklar. Värprenz-Hoch-Zongklar! Es ist Sonnig, es ist Sonnenscheid oder es ist Sonnig. Es gibt Regenbogen, es ist Rainbow. Es ist Bedeck, der intention ist die Ausbezug auf dem Schmuck. Es ist Bebok. Heute, es ist Bebok in Värprenz-Hoch-Zongklar. Es ist Today, es ist Crowde in Värprenz-Hoch-Zongklar. S-Tunnel, oder S-Lis, ist mean thunder. S-I-Sick, oder S-Prior, the meaning is, is gross. S-Windig, or is mean windy. S-Gib-Chower, or is mean is is shower. S is nevlich, in English is, is 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 rocky. S is tornado, in English is, is is tornado. S-Hungel, or in English is hell. S-Tunnel, oder S-Gib-Ul-Veter, is mean storm. S-Tunnel, S-Tunnel, or is M-R-E-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Es gibt Schnee Rägen. Es gibt Schnee Rägen. Es gibt Schnee Rägen. Es gibt Schnee Rägen und Schnee in der gleichen Zeit. Es gibt Schnee Rägen. Es gibt Schnee Rägen. Es gibt Schnee Rägen. Das ist alles für die Wetter Symbol. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüssi! Tschüssi! ... ...